Bevor es aber wirklich losgeht, müssen wir nur noch auf die Formalitäten vor dem Anstoß. Und er spielt den Ball hoch rein. Es reicht nicht aufzustehen, ihr müsst auch wach werden. Eiskalt verwandelt. Wähler. Er versucht ihn da durchzuspielen. Er sitzt. Echt, bin mal gespannt. Der kommt richtig lang. Jetzt ist er drin. Fahr. Er versucht den Ball in die Gasse zu spielen. Da ist die Chance. Das ist die Chance. Ja, der ist gut, der ist. Was möglich. Er versucht ihn da durchzuspielen. Da tankt er sich durch. Und sie bekommen hier den Freistoß. Vielleicht die letzte Aktion des Spiels. Brozovic wurde schon früh zum Duschen geschickt. Da haben sie vorher den Fehler gemacht. Deswegen zu viel Freiraum für den Angreifer. Und vielleicht die letzte Gelegenheit, ihn irgendwie noch zu retten. Und er probiert es. Und er macht ihn. Und er macht ihn. Und er macht ihn. Das war's für heute.